1, 2, 3, 2, 3 Radies für Dagenfurt in Ballbesitz In der ersten Attacke durch die Mitte und dann geht die Faust von Nordinger und mit der Faul gesehen Faul von den Mädels aus St. Pöttern Radies Könten mit ihrem Freilhof in Flurwind Wo sind die Kärntner? Der einzige auf der Tür Alice Führer für Kärnten fürs Europaküm Jetzt Ballen aus Ballesitz bleibt beim Europaküm bei den Kärnten Sie werden wieder akzeptieren Sie werden wieder akzeptieren Jetzt Ballen aus Alle sind in Arten Emma Gress Die einzige Vereinsstülerin mit der Übersicht Sie werden wieder akzeptieren Sie werden wieder akzeptieren Sie werden wieder akzeptieren Sie werden wieder akzeptieren Wo sind die Fans für Niederösterreich? Bei der Halterne Glückwunsch Wie gesagt, Per Panos ist gut Jaja, relativ 7 Minuten In der reine Reihe die Spiel wobei die letzten 2 Minuten nicht immer geschockt werden Und dann... Immer Chris, starker Rebound, aber gebrockt! Gebrockt von Alice Schi! Ach, Renato! Die Spielerinnen aus Schlagen-Kurz, das sind die zwei von der Spielerinnen, hier ist Nardolien, Chris! Kurz! Rücken und Brille! Das sieht aus, wieder Stammer, durch die Mitspiele in drei. Immer noch mit 1 Punkt 4, für St. Pöckner. Und so gleich trifft Magenfurt, 2 zu 2. Spannender! Geht's nicht bei den Minos? Gabernoski-School-Jokinale! Jetzt sehen wir, für St. Pöckner wieder die Führung, 3 zu 2! Rücken! 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 Und alle wieder im Zeit formal, R�� Kykbram! Rücken! Und er Rücken! 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 R delight! Rücken! Er hat 7 Minuten zu spielen. Ausgegnäht in der Spielstadt 3 zu 3. Der Rekord aus Skudje Maxis. Alle Niederösterreicher rufen Diefens. Aber wo sind die Kärtener Fans? Wieder bei der Sitz. St. Höllen, gut aufgepasst von Alice. Frankfurt zieht sich den Ball zurück. Die Kärtener waren jetzt aus. Das ist alles begonnen. Wir stecken am Logo. Schön nach Fassungszeit. Da wurde wir nicht gefangen. Die Ball sind 6. Widerlandskarte nach wie vor. 3 zu 3. 3 zu 3. Der Spielstand. Er ist links. Die Spieler ist erreicht. Und Alice probiert jetzt hier einen 3er. Weiter hoch der Hände. Fass. Sonst sind sie gewonnen. Aber geht nicht weiter. Eber mit dem Rebound. Emma von links. Wieder ein Rebound bei Emma. war es für einen Einsatz von Amacrest und jetzt Alice. Zudem wir planen für uns vielleicht, kommt hier noch der Ausweichen in den letzten zwei Minuten. Alice sucht jede Mitspielerin, schaut doch mal auf die Uhr, versucht den Akkater beizuziehen. Jetzt geht es vielleicht vor rechts. Leider sind wir in der Wutbewegung vor, genau die Spaß hier oben. Alice mit dem Freiburg und der Chance, den Ausgleich zu ergattern, bei einer Minute 37 noch zu spielen. Der Ausgleich, 4 zu 4, Alice wieder Hoffnung. Jetzt kommen wir uns die School-Champ-Finale, der um 14 Meter als Bundesmeister schafft. ... und dreht dann 6, Emma für den Köpfen, so kann er nach Wiederführung beim Lösserheim. Emma hat Zeit, eine Minute 14, nur noch auf die Uhr. ... und gute Plokade. ... für die Uhr. ... und wieder auf die Uhr. ... und wieder zu scoren 6 zu 2, 2.4, die Uhr. So, liebes Publikum, her neben der Luft noch die letzten 45 Sekunden. 10 Sekunden geben wir Gas im Skalos im Sulte am Finale! Fins up in the air! Fins up in the air! Fins up in the air! Ja! So wie gesagt, Frau Ammer, wie hat sie hier mit Roten? Im Rücken 2, 13 Minuten, 7 zu 4 jetzt eine Komfortführung. Für Sankt Böcknich, 36 Sekunden vor Schuss. Nehmen wir mit dem Rebound und Waffel Reboots! Wie einfach so wie nicht, dafür gegen die Spielerin Alice muss jetzt mit Higharm nachziehen, um ihr Team wieder ins Spiel zu bringen. Dann geht sich das noch mal aus, 17 Sekunden vor Schuss Treffer. Wir fahren zu dem Urrecht weiter. Sankt Böcknich hat Zeit. Emma lässt sich Zeit. Alice versucht ihr den Ball abzunutzen, aber da geht nichts mehr. Sieg für Europatypen! Sieg für Europatypen! Entschuldigung, Sieg für die Josef Strasse von Pöcknich! Niederlage für den Europatypen! Hermi! Was sollst du zum Niederösterreich werden? Sieg oder es wird sich zu uns kutschen? Geile Sache! Ja, ich mache mir da gar keine Sorgen irgendwie für den Spiel zu kommen! Ja! 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 Ja!